Du kannst an deiner Audioanlage keine DAB-Plus-Sender wiedergeben bzw. es sind keine Senderstationen vorhanden. Eventuell war beim erstmaligen Einschalten keine Antenne am Gerät angeschlossen. Dadurch wurden beim automatischen Sendersuchlauf keine Sender empfangen. Wir zeigen in diesem Video, wie der Suchlauf nachträglich gestartet werden kann und wie favorisierte Sender auf die gewünschten Zifferntasten gespeichert werden. Kontrolliere als erstes, ob die beiliegende Antenne wie gezeigt am Hauptgerät angeschlossen wurde. Ein Tipp, für einen besseren Empfang ist es empfehlenswert, die beiden Enden der Wurfantenne gespreizt am besten in der Nähe eines Fensters zu befestigen. Schalte die Audioanlage nun am Hauptgerät oder mit der Fernbedienung ein. Anschließend drückst du mehrmals die Taste Radio Extin auf der Fernbedienung bis im Display DAB-Plus angezeigt wird. Sollte bei dir nun DAB-Autoscan erscheinen, warte bitte, bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist. Falls Scan failed im Display angezeigt wird, muss der Suchlauf erneut gestartet werden. Teste dabei dann eine andere Positionierung der Wurfantenne. Um den Suchlauf noch einmal zu starten, drücke die Taste Radio Menü, bis Autoscan angezeigt wird. Bestätige zweimal mit der OK-Taste. Sobald wieder DAB-Autoscan erscheint, läuft der neue Suchlauf. Nach abgeschlossenem Suchlauf werden die Sender alphabetisch sortiert und der erste Sender in der Liste wiedergegeben. Durch Drücken der Vor- und Rücklauftaste können die gespeicherten Sender gewechselt werden. Zum Abschluss zeigen wir noch, wie du oft genutzte Sender auf die Zifferntasten speichern kannst. Insgesamt stehen 20 Senderspeicher zur Verfügung. Wähle als erstes den gewünschten Sender mit den Pfeiltasten aus. Drücke jetzt die Programmtaste auf der Fernbedienung und gibt dann über die Zifferntasten die gewünschte Programmplatznummer ein, z.B. 1. Für die Programmplätze 10 bis 20 muss zunächst die Taste größer 10 und anschließend müssen die Ziffern z.B. 1 und 2 für Programmplatz 12 gedrückt werden. Nun können die Sender auch über die Zifferntasten angewählt werden. Weiterhin ist natürlich das Wechseln der Sender über die Vor- und Rücklauftaste möglich.